Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man, der mittlerweile schon fünften Folge und wir haben eigentlich noch gar nichts geschafft in dem Game. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal bei der Hauptstory weiter, das ist hier oben und ich weiß nicht, ob wir dafür Tömo oder sowas brauchen, aber wir springen uns jetzt einfach mal dorthin und dann schauen wir mal, Hauptmission, Wahrzeichen. Gut, Leute, machen wir das Bildmachtgerät an. Servus Leute und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir da hinfinden. Schnell. Warte mal, äh, haben wir den Turm schon? Den haben wir doch schon, Alter. Ja, dann haben wir schon aktiviert, okay, ich bin sehr auf der Karte gewesen. Okay. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Ja, ja, ich weiß. Ja, da haben wir noch. Machen wir nach der Hauptmissionen. Alle Einheiten. 1034. Wiederhole. Körperverletzung. Officer in Gramercy benötigt. Bitte bestätigen. Okay. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Okay, drücke Steuerkreis rum, um die Kamera auszurüsten. Okay. Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört hab und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Okay, hier kann man praktisch dann... Was kann ich hier überhaupt machen? Ach, da kann ich mir die... ...Anzüge kaufen oder sowas. Warte, schaut doch auch cool aus. Unerschwinglich. Okay. Lassen wir das erstmal. Achso, das war jetzt schon ein Hauptquist, oder was? Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Tür mal. Ja, dann würde ich sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mace Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay, ich hab noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Okay. Jetzt haben wir natürlich auch gleich wieder Rucksäcke freigeschaltet. Ich würde sagen, wir machen den Rest der Karte auch noch frei. Und... ...und jetzt dann danach die... ...ganzen Dinger noch, die Rucksäcke und so weiter. Alle Einheiten bewaffneter Raubüberfall gemeldet. Zum Tatort. Ja, Frauen danach. Alle Officer Nomad, bitte melden. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte. Warnung. Die Zwangsräumung... Moment, Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Ja. Schönen Tag noch. Okay. Und dann den Letzten noch. Wo dann ist der Rucksack, ich nehme mal gleich mit. Hi Mr. Lee. Hey Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten auf dich. Cool. Bin unterwegs. Was? Fürst du aber erst bei mir wäre. Wie war er? Wo? 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 sehr schön und bitten wir in dem bereich alle türme freigeschaltet und dann können wir doch gleich mal ein paar rucksack einsammeln gehen alle einheiten verfolgt ist fahrzeug gemeldet haben einen vorfall bei grand central noch da ist er Ich hab das Glückmachgerät, den kann ich ganz vergessen, Leute. Nein! Fangen wir nicht hoch, oder was? Achtung, einreiten. Sie sind nach Autounfall gefangen. Officer bei Supper Place, Augen auf. Ups, alles okay? Nein! Hier ist der blöde Rucksack. Er war noch hier gerade, oder? Boah, ist der da unten drunter, oder was? Ey, ey, ey. Ey, was macht ihr denn jetzt? Schwierig, schwierig. Okay. Dann haben wir den, dann schnappen wir uns gleich den da. Okay. 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 und hier ist glaube ich das mit dem fotografieren oder die wahrzeichen ziele im rahmen ok keine ahnung was das war aber das war irgendwo grün alle einheiten bewaffneter raufüberfall gemeldet zum tagort ich bin ich bin ich bin ich zeige auf ungerechtigkeit und verbrechen gegen die menschheit man kann doch mal die nicht schnell in meiner stimme hören ist liebe nichts als liebe ups tut mir leid ist da nicht schön unterstützen sie die geschäfte in ihrer nähe und rauben sie bitte nicht aus da 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 ja 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 Was ist das? Was ist das? Fisks Verhaftung hat alle kleinen Kriminellen aus der Versenkung geholt. Okay, dann haben sie auch geschlossen. Ich habe euch ein Taxi gerufen, Jungs. Eins mit blinkenden roten und blauen Lichtern. Hey, Spider-Man! Wir brauchen dich hier nicht! Das kann ich verkaufen. Solltest du nicht schwingen oder so? Okay, dann würde ich sagen, weiter zum Rucksack. Ja, das Schwingen ist schon cool gemacht hier. Das ist echt schon nice gemacht. Achtung an alle Einheiten. Haben Meldung über Drohung dir. Verfügbare Officer, bitte nach Bryant. Over. Die Einheiten. 10.400.000. Das war's. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist ein Neu. Ich habe die Einheiten. 1034, wiederhole, Körperverletzung. Verfügbare Officer, bitte zum Theaterviertel. Sehr schön. So, hier können wir gleich noch ein Foto machen. Officer zum Tatort, 1010, Drogenhandel gemeldet. Verfügbare Officer, bitte zum Theaterviertel. Oh, ein tolles Foto. Hier sind Polizeistationen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier so eine Runde rum und nehmen mal alles mit, was hier noch ist. Das geht relativ fix eigentlich, muss ich sagen. Oh, wir haben wieder einen Haufen Punkte bekommen, Fähigkeitspunkte und so weiter. Ah, ich habe mir ein Foto machen hier. Der Daily Bugle. Eine tolle Zeitung. Besonders seit Jameson. Ruhestand ist. Brauchen Verstärkung bei verfolgten Fahrzeug. Gemeldeter Ort ist das Modesküttel. Over. Okay, wo ist der Rucksack? Ja, da unten. Ich will Mace Party nicht versäumen. So, dann gehen wir hier hoch. Entschuldigung. Entschuldigung. Fantastisch. Läuft doch. Läuft. Läuft. ... gut die gute schwingen die 1 das behalte ich Juppies dem jährigen haben wir das hier sehr schön körperverletzung wurde gemeldet officer benötigt bei total uns die noch in er musste im drinnen Ist er weiter oben vielleicht? Achtung, Einheiten vor Ort. Haben Meldung über Einbruch. Ach, da oben. Hä, wo ist er denn? Spinn ich jetzt, oder was? Hä, der liegt da drinne? Komm mit da rein. Ahhhh. Braucht Verstärkung bei verfolgten Fahrzeug. Alle Nacht Grand Central. Over. Wie hochkrabbeln? 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 Gut, haben wir hier noch eine Sehenswürdigkeit? Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Achtung, an alle Einheiten haben Meldung über Drogendeal. Haben einen Vorfall bei Grand Central. Was ist das? Ich muss los, aber... Ich bin cool, ich kenn's. Ich bin cool. Ich bin cool. jetzt nix auch lieber deck sehr schön hier ist aber noch eins oder radioaktiven panther gebissen wurde der typ ist hart aber das würde wohl doch wie tun 19 ganz oben ist schon mal okay alle einheiten verfolgt ist fahrzeug gemeldet gemeldete autos murray hill also gabi abgura Alle Einheiten, Einbruch gemeldet. Ich will nächstes Party nicht versäumen. So, jetzt haben wir noch eins hier unten und dann ist der Bereich abgeschlossen. Dann haben wir bloß noch Verbrechen zu bekämpfen, aber das können wir nebenbei machen. Aber dann haben wir die ganzen Marken schon mal gesetzt. Okay, schauen wir mal, ob wir hier was fotografieren können. Jedes Mal verwechsel ich die Tasten. Aber schon wieder eins. Okay, das ist schon wieder in einem anderen Gebiet. Und jetzt... Okay, ich würde sagen, das mache ich jetzt offscreen, die anderen Dinge. Und wir machen einen Cut an der Stelle. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder ein Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Obwohl es ja eigentlich jetzt nur ein bisschen von dem Zeug einsammeln war. Aber schauen wir vielleicht noch mal in der nächsten Folge mit der Hauptstory weiter. Schauen wir uns dann dort erwartet. Gut, bis dann wieder viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt dran. Ciao, ciao. Euer Andi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020